13. Müde verlagerte John seinen mageren Körper und schloss wieder die Augen. In den kaputten, potthässlichen, Avocado-grünen Sessel gekauert, konnte er Thor bei jedem Atemzug riechen. Dieser Albtraum eines jeden Innenarchitekten war das Lieblingsstück des Bruders und gleichzeitig Walzis Sitzus non gratus gewesen. Daher war das Möbel hier in das Büro im Trainingszentrum verbannt worden. Und Thor hatte viele Stunden darin verbracht und die Buchhaltung erledigt, während John Hausaufgaben machte. Seit den Morden hatte John ihn als Bett benutzt. Gereizt drehte er sich so rum, dass seine Beine über einer Armlehne hingen und sein Kopf und die Schultern oben an der Rückenlehne ruhten. Dann kniff er die Augen noch fester zu und betete um etwas Erholung. Das Blöde war nur, dass ihm das Blut in den Adern summte und in seinem Kopf alles Mögliche rumschwirrte. Alles totaler Quatsch! Erst vor zwei Stunden war der Unterricht zu Ende gewesen und er hatte noch weiter trainiert, nachdem die anderen Schüler bereits abgefahren waren. Zudem schlief er seit einer Woche nicht gut. Man mochte meinen, er müsste auf der Stelle einschlafen. Andererseits war er vielleicht wegen Lärsch immer noch aufgebracht. Dieser Mistkerl hatte ihn heute nicht in Ruhe gelassen, weil er gestern vor der ganzen Klasse in Ohnmacht gefallen war. Mann, John hasste den Typen. Wirklich wahr! Dieser arrogante, reiche, boshafte... Mach die Augen auf, Junge! Ich weiß, dass du wach bist! John zuckte so heftig zusammen, dass er beinahe auf dem Fußboden gelandet wäre. Als er sich mühsam wieder hochhievte, sah er Sadist im Türrahmen stehen, gekleidet in seine übliche Uniform aus hautengem Rolli und weiter Jogginghose. Der Ausdruck auf dem Gesicht des Kriegers war so stahlhart wie sein Körper. Hör mir gut zu, denn ich werde das nicht zweimal sagen. John klammerte sich an den Sessellehnen fest. Er hatte eine grobe Ahnung, worum es gehen könnte. Du willst nicht zu Havers gehen. In Ordnung. Aber hör mit dem Blödsinn auf. Du lässt Mahlzeiten aus. Du siehst aus, als hättest du seit Tagen nicht geschlafen. Und deine Geisteshaltung macht mich allmählich stinksauer. Das war nicht unbedingt die übliche Elternsprechstunde, wie John sie kannte. Und er nahm die Kritik nicht gut auf. In seiner Brust machte sich Frustration breit. Doch Sage stach mit dem Finger in die Luft. Und du hörst auf, Lash anzustänkern. Ist das klar? Lass den kleinen Scheißer in Ruhe. Und von jetzt an kommst du zu den Mahlzeiten ins Haus. John zog die Augenbrauen zusammen und tastete nach seinem Block, um sicherzugehen, dass Sate auch verstand, was er sagen wollte. Vergiss es, Junge. Ich bin an deinen Kommentaren nicht interessiert. Als John langsam richtig wütend wurde, lächelte Sate, wobei er seine riesigen Fänge entblößte. Und du wirst dich ja wohl nicht mit mir anlegen wollen. John wandte den Blick ab. Er wusste, dass der Bruder ihn mühelos in zwei Teile zerlegen konnte. Und das ärgerte ihn zu Tode. Du lässt den Unfug mit Lash. Verstehst du mich? Zwing mich nicht, mich in euren Bullshit einzumischen. Das würde keinem von euch besonders gut gefallen. Nick mal mit dem Kopf, damit ich weiß, dass du mich verstanden hast. John nickte beschämt, wütend und erschöpft. Die ganze Aggression in ihm schnürte ihm die Luft ab. Er seufzte und rieb sich die Augen. Sein ganzes Leben lang war er ein ruhiger Typ gewesen, vielleicht sogar ängstlich. Warum brachte ihn in letzter Zeit alles immer gleich auf die Palme? Deine Wandlung steht kurz bevor. Deshalb. Langsam hob John den Kopf. Hatte er richtig gehört? Stimmt das wirklich? fragte er in Zeichensprache. Ja. Ja, deshalb musst du unbedingt lernen, dich zu beherrschen. Falls du die Transition überstehst, dann gehst du mit einem Körper daraus vor, der zu den unglaublichsten Dingen fähig ist. Ich spreche von roher physischer Kraft der brachialen Art. Von der Art, die töten kann. Du glaubst, du hättest jetzt Probleme? Warte mal, bis du dich mit der neuen Situation rumschlagen musst. Deshalb musst du jetzt Beherrschung lernen. Sedest wandte sich ab, blieb dann aber stehen und blickte noch mal über die Schulter. Licht fiel auf die Narbe, die längs über sein Gesicht verlief und die Oberlippe verzerrte. Eines noch. Brauchst du jemanden zum Reden? Über... Über alles Mögliche? Ja, klar, dachte John. Nur über seine Leiche würden sie ihn wieder zurück in die Klinik und zu dieser Therapeutin schicken. Weshalb er sich auch weigerte, sich untersuchen zu lassen. Bei seiner letzten Begegnung mit dem Arzt ihrer Spezies hatte dieser ihn erpresst, eine Therapiesitzung zu machen. Und er hatte nicht die Absicht, sich noch mal auf die Couch zu legen. Nach allem, was in letzter Zeit passiert war, würde er sich nicht weiter mit seiner Vergangenheit befassen. In die Klinik würde er nur zurückkehren, wenn er kurz vor dem Exitus war. »John, möchtest du mit jemandem reden?« Als er den Kopf schüttelte, verengte Sade die Augen. »In Ordnung. Aber die Sache mit dir und Lash ist bei dir angekommen. Richtig?« John senkte den Kopf und nickte. »Gut. Und jetzt schieb deinen Hintern ins Haus. Fritz hat dir Essen gekocht. Und ich werde persönlich überwachen, dass du es auch verspeist. Und zwar alles. Du brauchst die Kraft für die Wandlung.« Bartsch ging noch näher an die Vampirjäger ran. Und die fühlten sich von ihm überhaupt nicht bedroht. Wenn überhaupt, waren sie ärgerlich, so als ob er seine Arbeit nicht ordentlich machte. »Hinter dir, du Volltrottel!« sagte der Mittlere. »Deine Zielpersonen stehen hinter dir. Zwei Brüder!« Bartsch umrundete die Lässer. Instinktiv konnte er sie verstehen, ihr Verhalten deuten. Er spürte, dass der Größte von ihnen innerhalb des vergangenen Jahres in die Gesellschaft eingeführt worden war. An ihm haftete noch eine Spur des Menschen, der er mal gewesen war. Obwohl Bartsch nicht sicher war, woher er das wusste. Die anderen beiden waren schon viel länger dabei und davon überzeugten ihn nicht nur ihre ausgeblichene Haut und die hellen Haare. Hinter den dreien blieb er stehen und starrte zwischen ihren großen Körper hindurch Vicious und Rage an, die wiederum ein Gesicht machten, als würde ein guter Freund gerade in ihren Armen sterben. Bartsch wusste haargenau, wann die Lässer angreifen würden und bewegte sich mit ihnen nach vorn. Gerade als Rage und Vicious in Angriffsstellung gingen, packte Bartsch den mittleren Jäger im Nacken und schleuderte ihn zu Boden. Der Lässer brüllte und Bartsch sprang auf seine Brust, obwohl er wusste, dass er noch nicht wieder in der Verfassung war, um sich auf einen Kampf einzulassen. Dementsprechend wurde er sofort abgeschüttelt und der Lässer setzte sich auf ihn und würgte ihn. Der Kerl war stinksauer und brutal stark wie ein tollwütiger Sumoringer. Während Bartsch Mühe hatte, den Kopf auf den Schultern zu behalten, nahm er schemenhaft einen Lichtblitz und einen leisen Knall wahr. Und dann noch einmal. Ganz offensichtlich räumten Rage und Vicious auf und Bartsch hörte ihre donnernden Schritte auf sich zu kommen. Gott sei Dank. Nur, dass genau in dem Moment, als sie bei ihm ankamen, die Freakshow begann. Zum ersten Mal sah Bartsch dem Untoten tief in die Augen und etwas rastete ein. Verband die beiden so fest miteinander, als wären ihre Körper von Eisenstangen umgeben. Als der Lässer vollkommen reglos wurde, fühlte Bartsch den überwältigenden Drang zu. Er wusste selbst nicht, wozu. Aber der Instinkt war so stark, dass er krampfhaft ausatmete. Und in diesem Moment fing das Einsaugen an. Ohne zu wissen, was er da eigentlich tat, füllten sich seine Lungen in einem langen, stetigen Zug. Nein, flüsterte der Jäger zitternd. Etwas passierte zwischen ihren Mündern. Eine schwarze Wolke verließ den Lässer und wurde in Bartsch reingezogen. Die Verbindung wurde erst durch einen brutalen Angriff von oben unterbrochen. Wischers zehrte den Untoten von Bartsch runter und warf ihn mit dem Kopf voran gegen eine Hauswand. Noch ehe sich der Kerl wieder aufrappeln konnte, stürzte sich Wischers auf ihn und hieb mit seiner schwarzen Klinge auf ihn ein. Als der Funke und das Burzeln vorbei war, fielen Bartschs Arme schlaff auf den Asphalt. Dann drehte er sich auf die Seite und rollte sich zusammen, die Arme fest um den Bauch geschlungen. Er hatte wahnsinnige Schmerzen, aber noch viel schlimmer war, dass ihm speiübel war. Ein unangenehmer Widerhall dessen, was ihn während der schlimmsten Phase seiner Krankheit gepeinigt hatte. Ein paar schwere Stiefel schoben sich in sein Sichtfeld, aber er konnte es nicht ertragen, aufzublicken und einen der Brüder anzusehen. Er hatte keine Ahnung, was zum Teufel er getan hatte oder was geschehen war. Er wusste nur, dass er und der Lesser miteinander verbunden waren. Wischers Stimme war so dünn wie Bartschs Haut. Alles okay bei dir? Bartsch schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Ich glaub, es wär am besten, wenn ihr mich hier weg schafft und wagt es nicht, mich nach Hause zu bringen. Wischers schloss ein Penthouse auf und schleppte Bartsch rein, während Rach die Tür offen hielt. Die drei waren mit dem Lastenaufzug im hinteren Teil des Gebäudes hoch gefahren, was nicht ganz unsinnig war. Der Ex-Cop war ziemlich schwer. Er wog mehr, als man denken würde. Als würde ihm die Schwerkraft ganz besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Jetzt legten sie ihn auf dem Bett ab und er rollte sich auf die Seite, die Knie bis zur Brust angezogen. Lange sagte niemand etwas und Bartsch schien ohnmächtig werden zu wollen. Rach begann im Zimmer auf und ab zu tigern, um seine Anspannung los zu werden. Nach dem Auftritt gerade eben war auch Vicious völlig durch den Wind. Er zündete sich eine an und inhalierte tief. Schließlich räusperte sich Hollywood. Tja, Vicious, hier gehst du also mit deinen Frauen hin. Der Bruder lief zu einer Kette, die an die Wand geschraubt war. Wir haben natürlich Geschichten gehört, aber so richtig geglaubt, hat das keiner, aber die Stimmen vermutlich alle. Mag sein, Vicious ging zur Bar und goss sich ein Wasserglas voll mit Grey Goose Wodka. Wir müssen heute Nacht noch den Wohnungen dieser Lässer einen Besuch abstatten. Wright steutete mit dem Kopf Richtung Bett. Was ist mit ihm? Wunder über Wunder der Ex-Cop hob den Kopf. Ich gehe erst mal nirgendwo hin. Glaub mir. Aus schmalen Schlitzen sah Vicious seinen Mitbewohner an. Barchs Gesicht? Das normalerweise bei Anstrengung ein kerniges irisches Rot annahm, war extrem bleich. Und er roch schwach süßlich nach Talkum. Großer Gott! Als hätte die Nähe zu diesen Vampirjägern etwas anderes in ihm zum Vorschein gebracht. Omega Wishes Rides Stimme war sanft, ganz nah. Willst du hier bleiben oder ihn vielleicht zurück zu Havers bringen? Mir geht's gut, krächzte Bartsch. Eine Lüge in jeder Hinsicht, dachte Vicious. Er leerte sein Glas und sah Rage an. Ich komme mit dir. Bulle, wir sind bald zurück und bringen dir was zu essen mit. Ja? Nein, kein Essen und kommt heute Nacht nicht zurück. Sperrt mich nur ein, damit ich nicht raus kann und lasst mich allein. Scheiße! Bulle, wenn du dich im Bad erhängst, dann bringe ich dich persönlich danach gleich nochmal um. Das schwöre ich dir. Trübe, braune Augen wurden aufgeschlagen. Ich will unbedingt erfahren, was die mit mir gemacht haben. Mehr noch, als ich mir das Licht ausknipsen will. Also mach dir keine Sorgen. Bad schloss die Leder wieder und einen Moment später taten Vishers und Rage auf die Dachterrasse raus. Als Vishers die Tür absperrte, musste er feststellen, dass er sich größere Sorgen darum machte, Bad in der Wohnung festzuhalten, als ihn zu beschützen. Wohin gehen wir? fragte Rage. Obwohl doch normalerweise er derjenige war, der immer einen Plan hatte. In der ersten Brieftasche war eine Adresse. In der Ritchita Street Nummer 459 Apartment C4 Na dann nichts wie los.